Ah, ich drifte nach rechts ab. Ah, es gehen halt ein paar direkt für die Node, ne? Ok, es sind zwei von uns im Wald. Wollen wir erstmal ein Stück reinlaufen? Ja, würde ich wahrscheinlich schon machen. Ich habe einen Stein, ich habe Faser. Ja, Steine sind hier, glaube ich, ein Problem. Ja, hier liegen überall Steine, also das ist kein Problem. Hier ist ein 4 Ohm, ja, ein 4 Ohm, ja, können wir direkt umklatschen. Oh, hier ist ein T-Ree, pass auf. Ja, das will ich nicht umklatschen. Bist du aber auch weiter hochgelaufen? Ne, wie gesagt, hier ist ein Fiomir. Komm mal ein Stück zurück, das können wir gleich einfach umklatschen. Warte, jetzt. Auf Ehre! Schlachtet es. Da vorne ist ein gelber Drop, lol. Ja, das Level haben wir halt nicht. Ne, haben wir auch nicht. Na gut, aber immerhin drei Level jetzt. Ne, da kann ich immer noch nicht beachten. Gehst du komplett nur auf Movement am Anfang jetzt? Ne, ich habe ein bisschen Gewicht gemacht. Ok, ich habe jetzt ein Level bisher noch an Gewicht. Weil sonst gehe ich irgendwie... Ok, ich kann Holz-Foundations. Ja, warte, müsste ich auch kennen, jo. Komm mal ein bisschen hoch in den Wald jetzt hier rein. Da oben ist sonst gleich noch ein Trike oder sowas. Und du meinst jetzt Richtung Schneegrenze da Metal dann? Ja, oder das. Und Thames wird versuchen. Und unten am Strand sind auch noch irgendwie drei, vier Explorern aus. Ok. Da kenne ich mich zum Beispiel gar nicht aus irgendwie aus. Und dann halt irgendwie selber oder so wahrscheinlich. Hm. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich das Heid ausgehen. Erstmal vergessen die Schuhe anzuziehen. Muss man auch noch ein, zwei Heidschuhen bauen, das ist echt gut. Und jetzt laufen wir doch richtig, oder? Jo. Hashtag du gehst vor. Renn halt direkt schon wieder los, ey. Wie, was, was los? Müde? Stamina. Uff. Ja, ich hab keinen Bock jetzt die Simband zu fressen, dann hab ich gleich wieder dos. Ja, richtig. Parasaurus, umkilln. Umkilln. Ehre genimmt. Ehre genimmt. Ja, blauer Loot. Blauer Drop. Ah, stacken wir ineinander, ey. Ich will, ich will, ich will, ich will. Was war das? Das ist ein Ding jetzt. Lass mich zumindest gucken. Ah, Armbrust und Metal Shield. Äh. Fuck you, Alter. Ja, dann nimm. Mach hin. Verbesserter Armbrust, oder? Ja, 140. Willst du, äh, Metal Shield haben? Nee. Ja, weil ich kann das halt nicht equippen mit dem Backpack, ne? Ja, ich will aber keins aktuell. Ich hab halt auch, wobei ich hätte theoretisch das Weight tatsächlich. Wie viel Weight hast du bisher geskillt? 300. Ich hab 282 GG. Ich hab 282 GG. Dann nimm's halt erstmal mit, solange du noch nicht komplett overweight bist. Willst du parachuten? Warte. Ja. Ja, wenn du weißt halt, wo die Explorer Lounds sind, dann lass halt da direkt hin. Ja, es ist noch ein Stück. Ja gut, dann... Also, nee. Nee, wir können hier direkt runter. Oh. Kimi died. War der nicht ab 40? Nee, geht. Und? Lazarus-Suppe und irgendwie ein, zwei Teile Rüstung. Weiter hinten ist gleich noch eine Lina drauf. Ja, warte mal, ich geh kurz zum Wasser. Hier vorne ist noch ne Explorer Note. Okay, Gilly die scheiße ist und Chitini auch scheiße ist. Ich mein, das ist besser als das, was wir aktuell landen haben wahrscheinlich. Aber naja. So. Äh, ich hab dich nicht mehr ganz in den Augen gehabt. Wo warst du? Ich bin beim... Ach, da drüben. Okay. Hier ist einer. Das ist ein Player. Hab ihn? Nee, ich hab ihn auch. Wie könnt ihr ihn an sonst? Nice. Ja, hab ihn. Er war halt Ultra. Der war halt jetzt schon auf Brokos. Hat der irgendwas? Nee, mit den Fallschirm. Nevermind. Ich hab mir das Stroh genommen. Weil du den Fallschirm hast. Ja, der hat aber nix, oder? Nee. Hier noch ein Bruder. Ich bin gebullert. Steht hinter mir. Ist das nur der eine? Ja. Bin gleich free. Ich hab ihn jetzt ab. Hab mir zwei Schatz gedrückt. Uff. Hat mich gebullert. Er ist gebullert. Ja. Bin viel? Nein. Sehr schön. Uff. Die Skins, alter. Hast du ein Crypod? Ja, ne? Willst du die Bollas? Ja, ich nehme die Bollas. Puh. Aber... Direkt im Team funktioniert halt einfach viel besser, ey. Okay. Willkommen. Lila drauf da vorne. Und auch 13 Bollas jetzt aktuell. Also Bollas muss halt echt immer einen Start haben, ey. Jo, ich muss auch ein paar Bollas nachmachen. Und die Fackel und so. Einfach crazy. Leider, dass die keine KillXP geben, Alter. Ist so. Jawohl, ey. Da ist ja irgendwie mal dasselbe in den Lidern drin. Nochmal Rüstung? Ja, wieder ein Rüstungsteil. Gleiche Z-Teile? Nee, ich habe... Warte. Ja, dann nimm das. Das ist beides. Also das eine hat ein bisschen weniger Rüstung. Ich gebe dir das Ding hier. Gilly. Bitte schön. Ich habe ein Duro. Nehme ich mal eine. Und ich habe eine Medical. Da greife ich mir mal in die Leiste rein. Ähm. Ja, nochmal. Weiter Exploronauts. Oder weiter Drops. Oder erst ein Tame. Ja, aber rechts ist ein Blauer. Der ist glaube ich näher, oder? Wobei näher, der ist auch ein ganzes Stück weit weg. Aber wir laufen halt schon wieder komplett in die entgegengesetzte Richtung. Oder laufen wir immer noch Richtung Nodes. Ich weiß nicht, wo ist die nächste Node? Hier oben auf dem Hügel ist einer da. Lass mal kurz hier irgendwie... Dinge tun. Hab glaube ich genug Hight, oder? Ne, kann nicht mehr so viel. Ja komm, dann... Lauf einfach zur Node und wir nehmen... Wir nehmen die Dinger mit. Okay, wohin? Weil da kommt ein Gelber direkt von seiner Nase. Hier weiter die Klippe runter. Ne, auf der Klippe hier vor uns. Da oben hat jemand einen Stein abgebaut. Wo? Klippe über uns, linke Seite. Wollen wir die... Ja, ja, contesten, contesten. Sonst fuckt der uns nachher ab. Wenn der jetzt gerade am Farmen ist oder so. Ja. Wenn der da irgendwie ne Butze stehen hat. Und gerade an der Workbench oder so steht. Bohnen an und wen. Hier auf der Klippe entlang. Du hast nochmals da ohne Ringen. Ja, ich auch. Sind voll. Okay, dann go. Da wird's dahin, wo ich den Steinbrocken hab' fliegen sehen. Raptor an der Seite. Da ist ne Steinbutze. Ja, ich seh den Raptor. Komm mit, komm mit, komm mit. Leise. Wir müssen den quasi gekillt kriegen. Während er die Tür auf hat. Hier hinten ist die Tür. Der Raptor kommt, fuck. Hinter dir ist der Player. Kill den Raptor schnell. Ja, oder ich kill den Raptor. Er ist gebullert. Ich bin auch gebullert, fuck. Er hat ne gute Hose. Er hat ein, zwei Hits. Hm. Da kommt ein anderer Player raus. Ne, okay. Fuck. Schreib auf your Molly. Er will sich kippen da drin. Ah, fuck, man. Kennen wir den jetzt, oder? Ah, ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Aber warum baut er hier überhaupt ne Butze, ne? Ja, der hat gerade nicht so schlecht gespielt, aber hier oben ist halt eigentlich nichts. Nach dem Berghof ist genau Metal. Ja, also ich würde halt schon ganz gern seinen Loot da drin haben, aber wenn er jetzt nicht rauskommt. Komm, lass, lass gehen. Ähm, wohin? Der Raptor hat mir übrigens drei Level gegeben mit der Note noch. Ja, moin. Lass den gelben looten. Also wir müssen echt die Viecher killen. Und wir brauchen unbedingt auch mal sowas wie Rocket Launcher. Vor allem, woher hatten die den Rocket Launcher Schuss? Ist der da mit drin? Ja. Er hat halt einen Schuss dazu, glaub ich. Hast du den Looten? Ne, 45. Auch drei Level. Hier weiter den Berg runter. Hier den Trik, den Trik. Ach ne, den Parasons daneben. Weiß nicht, ob der dir die Level gibt. Ja, lass versuchen. Lass mir auf jeden Fall den Kill. Der ist nur Level 6, ich mach den eben. Mach den anderen. Wir looten. Uh, Flak. Blueprints. Und Metallwerkzeuge. Okay, wir brauchen ne Werkbank. Das sind zwar alles nur primitive Sachen. Ne, boah, leicht verbessert alles. Komplettes Flak-Set. Und verbesserte Brust vor allem. Grüne Brust noch. Okay, wir müssen irgendwie... Okay. Noch mal zum Sein da oben hin? Ja, das wär halt optimal, wenn wir halt so eine Brutze einfach kriegen würden. Mit dem Metal drin. Official Noah ist hier verreckt. Der ist da. Ne, ne. Da ist ein Player von mir. Läuft gerade da hoch. Ich hab zu viel White, glaub ich. Schön. Ne, doch. Ist der Bullard. Und ihn an. Reicht, 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 reicht. Keine Hose mehr. Wie kann der noch leben? Warte, wie viel Movement hat der. Wie viel Movement hat der. Und wie viel Leben hat der vor allem. Holy shit. Aber der hat wahrscheinlich nen Alpha gekillt. Wir machen danach noch ne Runde. Äh, warte mal. Hier an dem Berg sind irgendwo Nodes. Lass den rennen. Da hinten. Da hinten ist auch ne Node. Ja, ja gut. Ich komm, ich komm, ich komm. Wo bist du? Über dir. Links von dir. Hast du seinen Namen gesehen? Ne. Die Bullard war ganz nice so, aber wenn der einmal brennt, dann musst du halt sofort auf Bogen wechseln und ihn nicht mehr anspammen. Wackelbrennen tut er halt nicht lange, ne? Ja, ich weiß. Aber wenn er halt einmal brennt, brennt er halt trotzdem erstmal 3-4 Sekunden runter. Ist das ne Alpha? Lass uns wieder runter zum Beach gehen, denk ich, oder? Hier liegt nen tärigen Knockout. Loll. Loll, das hab ich gerade sogar schon gesehen, aber ich dachte, das wär irgendwas anderes totes. Mal töten. Eben die Beeren rausnehmen, bevor es aufwacht in der Sekunde. Hast mir grad in den Hinterkopf geschossen. Nein. Hab ich wirklich nicht. Ich hab nen Pfeil in den, also im Kopf stecken. Ne, das hat den Tee. Ja, komm. Alter, neun Level. Echt? Crazy. Ja, aber auch noch Explorer Note drin, ne? Ja gut, ich brauch mehr, mehr Movement noch. Auf jeden Fall. 59. 50. Ah, was hab ich denn alles dabei? Was ist hier so viel... Mann. Nehmen wir das jetzt versuchen, die Alpen zu löten, oder was? Nö, das steht nicht wann und dann nehm' hier. Mit Player. Ja, ja. Er hat nen Large Rucksack. Bullert das wie Gorn und dann. Hab ich. Und jetzt ihn. Nein, ich bin gebullert, fuck. Der will mich... Alter, er hat nen Pfeil. Ich hab ihn gebullert. Das Iguano dann aufpassen. Und noch nen Raptor. Er ist tot, oder? Geh raus, geh raus, geh raus. Keite den Raptor und das Iguano dann weg. Er ist gestorben, glaub ich. Ne, er lebt noch. Hä? Das sah bei mir so safe aus, dass das stirbt. Alter, dein Pfeil, Junge. Ja, geh weg von ihm. Du darfst ihn auf keinen Fall im Close fighten. Hast du den Iguano dann gekämmt? Der ist weggelaufen, irgendwie. Hm? Er ist hier hinten hin. Ob er nicht gestorben ist. Ja, ist auch ein Iguano dann. Bullert. Bullert. Ist das Iguano dann kurz angezündet? Das muss weg. Ist tot. Er ist gebullert. Ich auch. Schieß mit Bogen. Prost weg. Der hat Plans. Backt mein Bogen so heftig. Oh mein Gott, Alter. Willst du dir nen Rucksack nehmen? Du hast noch das Schild und so weiter. Ich nehm... Ich nehm hier dann mal die Pike, oder? Du nimm den Pike. Er hat auch zwei verbesserte Bögen, weil du einen brauchst. Äh, ja. Offen, Alter. Okay, Fackel wegstecken. Klingt aktuell nix mehr beim Regen. Dass er da nicht gestorben ist. Was ist sonst noch was? Er hat einen Wassersack, theoretisch. 140er Bogen. Und der hast... ...136. Ich nehm den 140er mal mit. Alter, ich bin jetzt komplett verbessert. Du bist so, ne? Er hatte Tranker aus. Der andere kommt! Oh Gott. Ah, ping, ping und backen. Lauf! Lauf, 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 lauf! Nicht stehen bleiben. Ich wollte, dass du rauskommst. Naja, alles gut. Äh. Na, geh noch mal nach vorne. Jetzt greift er was anderes an. Ist er mit dir? Komm, 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 komm. Der kommt da nicht hoch. Ach, der kommt da hoch, aber... Wieso? Aber er ist halt einfach viel zu hibbelig. Stell dich rein und dann schießt ihn zur Not. Du kannst ihn halt eigentlich mit deinem Schild super tanken. Hin und her moven. So ist es halt mega stressig, ne? So. Lootet er? Ich glaub. Jo. Kay nicht gerade schon gestorben? Ja, eigentlich schon. Nein. Komm, alter. Grip endlich. Sehr schön. Ähm, Metall-Axt und sonst nix. Da kommt ein pinker Drop. Den anderen auch noch. Wie viel Level hast du bekommen? 11. Krass, alter. Ich hab nur 2 gekriegt. Ich guck mal eben welches Level der ist. Level 24. Der hättet halt schon mehr rein, ne? Wenn wir den kiten. Aber so ist ja... Gibt's du Head? Ja. Ja, eigentlich schon. Der Level 24. Die haben dann mal locker 2k mehr oder so leben. Oh, sorry. Das war passiert. Ja, passiert. Gar nix. Sicher das? Ich hab 5 Level bekommen. Ja, also er meinte halt, er hätte es nicht umgestellt, aber ich weiß es halt auch nicht dann. Ich hab 228 Movement jetzt. Da kommt ein pinker runter, den können wir gleich noch mitnehmen. Ja, jetzt sollten wir eigentlich... Du hast 228 Movement? Ja. Äh, 128. Bruder. Junge, das würdest du glaub ich merken, wenn ich 128 hätte. Okay, ich spring runter mit Parachute, ne? Jo. Ist einer gerippt. Amp-Action. Nice. Mit Muni? Ne, ohne. Mit mega wenig Prozent. 102. Aber 350 Dura. Ist halt so semi. Ich hätte halt lieber 300 Damage. Der Rote kommt halt jetzt da oben runter, ne? Also der ist dann jetzt da zeitnah da, aber da jetzt wieder hochzulaufen hab ich glaub ich keinen Bock. Sicher? Ha, du musst halt komplett außen rum und wieder übers Wasser, ne? Also du musst halt schwimmen. Vorne ist ein Kano. Ah, scheiße auf ein Kano. Ja, also wie gesagt, dann würde ich erst recht nicht mehr rüber parallel shooten. Der Rote Drop ist doch schon gelootet. Jo. Ja komm, lass, lass für Metal gehen. Insofern wir das überhaupt noch können. Ich weiß nicht, wie weit diese Border jetzt hier ist. Hier ist ein Player. Ein Flak. Ist direkt gebodert. Ich geh mit der Lanze ran. Nice. Frennt. Nice. Nice. Ne, loote, loote, loote. Wir teilen gleich. Ein verbesserte Armbrust. Ja, nimm mit, sofern du tragen kannst, ich covere. Revolver auch noch. Kannst du sehen, welcher Tribe das war? Und Chitin-Armor. Und ein verbesserten Backpack. Das ist übrigens Case Muskeln Base da unten auch, ne? Welcher Tribe waren das? Warte, müssen wir gleich gucken. Hast du alles? Ja, warum bin ich überladen, obwohl ich den Rucksack aufhabe? Weiß ich nicht. Ob es so was wichtig ist? Soll ich es mitnehmen? Ja, das ist mit der Schild. Okay. Weg hier kurz. Nach oben? Ja. Uff, Alter. Direkt im Vorbeispringen. Einfach die Bowler. Hier ist noch einer, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Jo. Aber der hat nur Scheiße. Oh, die hätte fast gesessen, Alter. Die war knapp, Alter. Ja, Cryopotted. Uh, Terry, fuck. Einer ist gebohlen. Ja, aber bringt nichts mit Terry. Alter, das zieht mich aus. Parachute, 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 wenn du kannst. Spring hinter mir her und mit Parachute weg. Ich hab mich übel weggedrückt. Ich flieg auf die andere Flussseite. Okay, ja, dann versuch dich irgendwo hin zu retten erstmal. Ich hab halt keine Stamina mehr und so. Mir hat's halt vor allem auch gerade den Kopf noch ausgezogen. Nur mir hat's halt alles ausgezogen. Scheiße. Wir kriegen halt nichts mehr repariert und so weiter. Ja, wir müssen irgendwas kriegen an Rüstung. Wir sind halt voll unterlegen. Wie sollen wir jemals dieses Terry-Tod kriegen? Buck, hier ist schon wieder ein Player. Vielleicht hat er mich ignoriert? Nein, hat er nicht. Ja, ich werd angesniped von irgendwas oder so. Keine Ahnung. Bitte nicht rücken. Nee, hatte ich nicht vor. Wo bist du, Rolbeer? Ich bin jetzt quasi fast nur da, wo wir die Pump-Action hatten. Ich lauf jetzt halt durch den Sumpf durch. Komm jetzt unten an der Rampe raus. Komm ich hier schon hoch? Nein. Ich hoffe, ich komm hier noch rechtzeitig rum. Frösche! Was? Hier ist ne Node. Trink mir zwar auch nicht mehr so viel. Ja, da bist du. Wir nimm die Node noch fix. Was? Ja, was auf. Du bist im Sumpf. Hier ist überall. Was auf. Ja, der Ring-Move. Der Ring-Move. Hast du ihn gebuddert? Jo. Er hat zwei Fröcher halt. Machst du? Ja, jetzt hab ich ihn. Wir müssen ihn irgendwie gelootet kriegen. Ich muss was trinken, sonst glücklich. Und Durst. Ja, mach. Ich hab ja den ganzen Kladderadatsch hinter mir. Und die Border-Moves halt immer weiter, ne? Ich würd den eigentlich ganz gern... Oh, fuck, Alter. Ich penn gleich ein. Wir müssen hoch. Wir kommen sonst nicht mehr hoch. Ja. Merk's. Ich glaub, ich komm nicht hoch. Ja, fuck, Alter. Nee, ich komm nicht hoch. Oder? Doch. Ich bin aber broken bones. Okay, ich bin oben. Der Frosch ist noch hinter mir, Gato. Ich bin broken bones. Wohl, Leute. Für 13 Sekunden. Ich bin ohnmächtig geworden. Wie krass tickt das denn hoch? Kannst du mir stims featen? Ich bin, wie gesagt, broken bones. Aber ja, ich bin auch unlob. Nice. Wir werden von dem Frosch geguckt. Oh, scheiße, Alter. Leid ungänzig mit dem Ohr, Alter. Ja, dass der so lange hoch tickt. Na gut, wir haben auch nur zwei Fortitude. Aber ich hab halt Stims gegessen ohne Ende. Vor allem, jetzt können wir halt nicht mehr beim Hotbutton spawnen, weil das halt jetzt deaktiviert wurde. Oder nicht? Also, keine Ahnung. Was geht mit den Kompis ab, Alter? Siehst du das bei der RG Neon mit den Kompis? Oh, er ist tot, Alter. Die Pump-Action. Er lootet... Schredo lootet gerade Neo. Ne, oder Luke. Ich glaube, der hatte einen Combo-Bow oder so. Ja, der hat auch Flak. Oh, Human wird grad ordentlich. Aber ich glaube, er hat gute Flak oder so, weil die ist nicht wirklich... Schredo hat jetzt Flak-Teile und einen Revolver. Ja. Okay, damit kann man tatsächlich nochmal... Okay, na, wer meins? Oh. Ja, da hat er wenig Chance. Ich weiß nicht, was er gewassen hat. Oh, er hat ihm die Scheiße ausgezogen. Neu und... Er ist gewollert und tot. Ehre genimmt. Bester Name, Alter. Ja, aber keine Ahnung, wie viele Leute haben wir gequillt. War echt zu gut eigentlich. Also vom PPK. Naja. Mit Alpharathon und so weiter. Das Level war halt schon ganz geil, aber halt mal schneller umspringen. Oder mehr Drops looten. Also schneller umspringen mit dem Ding oder halt wirklich noch mehr auf Drops gehen dann, aber... Oder halt einfach was ordentliches in dem Operation. Ja, ich weiß nicht, ob die Dropen jetzt tatsächlich dann oder nicht, aber so krasse Sachen haben wir auch aus den Loots tatsächlich nicht gefunden. Ja. 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 Ja.